Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum DAX-Check heute am Dienstag. Ja, an der Börse geht es weiter in Richtung Norden. Die vorbörslichen Indikationen, die sagen uns Kurse von um die 14.360 Punkte voraus. Also wir steigen um 50 Zählern in Asien, überwiegend grüne Vorzeichen. Also hier hat sich das positive Sentiment fortgesetzt. Ich habe mir mal den Fear and Greed Index von CNBC angesehen. Die Stimmung ist deutlich, deutlich besser als vor vier Wochen. Der Index liegt mittlerweile bei 66 Punkten, nachdem er vor einem Monat etwa bei 21 stand. Und das sehen wir natürlich hier auch im Kursverlauf. Einmal hier diesen Abwärtstrend, der sich jetzt nochmal beschleunigt hat. Wir sind jetzt einmal über dieser Gap-Kante, die wir in der Vorwoche angesprochen hatten. Jetzt Kurs hier zu den Hochs im Bereich 14.600 Zähler. Die 200-Tage-Linie ist mittlerweile ja auch schon wieder 700 Punkte empfand. Also das ist eigentlich fast nicht zu glauben. So schön ist das. Und ja, der Trend sei ganz klar nach oben. Auch wenn wir natürlich jetzt bei manchen Indikatoren im extremen, im überkauften Bereich sind. Hier nochmal der längerfristige Chart. Hier die nächsten Hürden, die wir ausgemacht haben. Also es ist weiter sehr viel Platz nach oben, wenn man sich das anschaut. Und von daher kann man hier durchaus auf der Long-Seite bleiben. Dann schauen wir mal auf Infineon. Infineon hat gestern Abend ja Zahlen und Ausblick gebracht und der war richtig stark. Dann natürlich heute Morgen die Nachricht auf den Tickern, dass Warren Buffett bei Taiwan Semiconductor eingestiegen ist. Auch das beflügelt natürlich die Tech-Aktien, speziell die Chip-Industrie. AMD wieder auf Erholungskurs, auch eine ASML sehr stark unterwegs. Und das ist wie gesagt Infineon nach den Zahlen gestern und dem Ausblick mit dem Sprung über die 30-Euro-Marke. Ja, jetzt ist eigentlich der Weg weitestgehend bis 40 Euro sogar frei. Heute Morgen schon die ersten Kursziele erhöht von mancher Analystenseite. Schauen wir mal kurz auf die Kurstafeln in Frankfurt, ob da uns irgendetwas ins Auge springt. Hier nochmal der aktuelle Tax-Stand mit 13.000, das hat sich eingeprägt, 14.350. Also wir blicken mal durch. Infineon ist dann erst auf der nächsten Seite. Deutsche Bank hält sich stabil über der 10, das ist auffällig. Ansonsten eher unauffällig das Ganze. Schauen wir mal auf die andere Seite, auf Infineon eben, ob die mit diesen Zahlen und mit diesen Vorgaben weiter steigen. 31,70 Euro, also ganz positiv. Ansonsten haben wir in Munich Re mittlerweile bei 290 Euro auch eine super Entwicklung in der letzten Zeit. Auch Siemens schaut sehr, sehr stabil und sehr stark aus. Und Vonovia, Volkswagen, auch da geht es weiter nach oben. Zalando gestern sehr stark unterwegs auch hier. Ja, zeigt der Trend deutlich nach oben. Nochmal ein Blick zurück, genau. Also, sehr stabil und das ist positiv, dass wir jetzt da nicht zu viel Euphorie auch reinkriegen. Das sehen vielleicht manche Analyste oder manche Anlieger anders, aber lieber peu à peu und das Ganze nicht ganz so schnell nach oben. Ich wünsche Ihnen gute Kurse, würde mich freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten. Bis dahin, machen Sie es gut. Bis dahin. Untertitelung des ZDF für funk, 2017